Die Wahl steht an! Special! Wahl 2013! Special! Special! So, wie man es halt kennt. Pink, flogen, ja. Blau liegt alles in. Wahl 2013! Erstwähler ist man ja, oftmals hat man ja keine Ahnung. Also ich krieg die Benachrichtigung, gehen Sie in Ihr Wahllokal. Okay, bin ich rein, war noch nicht mal ein Tisch frei. Scheiße, hab ich bestellt. Einmal Wahlsteak Medium, nix passiert. Krieg stattdessen einen Zettel, muss ich reingehen, in die Wahlkabine, Stimme abgeben. Mach ich nicht, brauch ich ja. Und dann die Stimme in die Urne. Beim nächsten Wahlwahl war ich schon ein bisschen schlauer. Habe ich nämlich meine Meinung denen mal geschrieben, auf den Wahlzettel. Scheiß Schlips hast du an! Ölwechsel beachtend, hart aber fair, habe ich draufgeschrieben. Zeig dich dumm, sie bringen uns um, jede Stimme zählt, Baby. Wird ja sowieso alles mehr eigentlich nach dem Äußeren gewählt, ne? Und nicht nach dem Inhalt. Die Mutti, Volksmutti, sieht irgendwie aus... Altmaier, den wähl ich. Der ist genauso fett wie ich. Der wird mir sicher nicht verbieten, hier eine Tonne von Schnitzen zu fressen. Wie die Grüne. Die Grüne! Die kommen nämlich in die Häuser jetzt und nehmen den Leuten das Fleisch weg. Und dann werden sie gezwungen, Tofu kriegen sie rein und Karotte. Ich bin ein freier Mann. Ich will selbst bestimmen, wann ich Diabetes kriege oder wann ich Platze tue. Deswegen den Dicke. Abwählen, die Arschlöcher. Abwählen, die Verbrecher. Abwählen, die Arschlöcher. FDP, so geht Bank heute. Abwählen, die Arschlöcher. SPD, wir sind Wahl. Abwählen, die Verbrecher. CDU, alles Mutti oder was? Abwählen, die Arschlöcher. Wähle sozial, immer ein Ass im Ärmel. Abwählen, die Verbrecher. Die Piraten. Ja. What shall we do with a drunken sailor? Abwählen, die Arschlöcher. Übrigens, da fällt mir ein, ich werde auch die Wahl anfechten. Ich fechte die Wahl an, wegen übermäßiger Beteiligung von Vollidioten. Das ist statistisch klar. Ja, aber guck mal, Sie müssen ja nur ein Kreuz machen. Das kann eigentlich jeder Idiot. Ich fordere den Wahlführerschein. Ein Autofahrer muss den Führerschein machen, aber wählen kannst du irgendwie. Wenn du beim Wahlführerschein durchfällst. Ja. Du musst einen Idiotentest machen. Abwählen, die Verbrecher. Wenn ich mir die Drohne so anguck, fühle ich mich bedrohend. Da fliegt die Drohne. Rucki, zucki, fliegt einem so eine Drohne um die Ohren. Genau. Abwählen, die Arschlöcher. Hast du eigentlich gehört, dass wir abgehört werden? Ja. Aber ist es jetzt beendet oder läuft es wunderbar weiter? Oder was ist denn überhaupt die Konsequenz? Die Mutti hat gesagt, die Sache ist erledigt. Ach so einfach geht das? Na man, dann wähle ich die gerade nochmal. Abwählen, die Verbrecher. Die Leute denken halt auch so, wenn die Mutti sagt, es ist erledigt, okay. Du meinst, sie ist jetzt wirklich schon Mami? Sie ist aus dem Mutti-Stadium raus schon zur Mami geworden, ja? Mami, da steckt schon mehr Intimität und Liebe drin. Ja, das stimmt. Hast du es schon geschafft, jetzt zur Volksmami zu werden? Würde ich sagen, ja. Oder zur Volksmutter? Oh ja, das ist noch viel bedeutungsvoller. Die Volksmutter. Abwählen, die Arschlöcher. Hat man denn wirklich eine Wahl eigentlich? Ja. Also für die Vollidioten würde ich beraten, bleibt zu Haus. Bleibt bloß zu Haus, nicht wählen. Für die anderen heißt es natürlich, wählt. Oh nein, seid nicht dumm, sie bringen uns um, jede Schnippe zählt, wählt. Seid nicht dumm, sie bringen uns um, jede Schnippe zählt, wählt. Abwählen, die Arschlöcher. Abwählen, die Verbrecher. Abwählen, die Arschlöcher. Gehst du zur Wahl, nimm Hackle als Schal. Ich hab da mal was vorbereitet. Das können wir jetzt mal schön zusammen gucken. Bis zum nächsten Mal.